Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Ich möchte heute mit euch eine Glitzerblume machen und gehe jetzt als allererstes mal kurz die Farben durch. Ich zeige sie euch und sage aber jetzt parallel noch, was ich da angemischt habe. I will just show you my colors. I describe my colors what I used, first in German, then in English. Ich habe mir weiße Farbpasta angemischt mit ein bisschen, was ich gerade gezeigt habe von Dippon, das Ghost Wine Pearl. Das ist ein weißes Farbpigment mit so einem pink-roten Unterton und ich habe ein bisschen Glitzer. So I got my white, this is white pigment paste and I added just a tiny bit of Dippon's Ghost Wine Pearl, which is an interference color. It's white and it has like a reddish pink undertone in it. So this is my white and this one is my glitter and this is from Laura's Art Corner. It's called Dragon Fruit. If you are in the US, check out her website. I linked it down below. She has really some amazing glitter and this one is really bright pink and yeah, it's just awesome. And also these gold beads for my center. These are really tiny little gold beads, some tiny ones and some a little bit bigger ones. And I think they look pretty as a center. Ich habe also diese gold beads, diese kleinen Goldkübelchen für meine Mitte. Da sind so kleinere und größere drin. Und eben wie hat mein Glitzer. Und jetzt können wir gleich anfangen. Ich fange erstmal an und gieße einen äußeren Ring mit meinem Glitzer und fülle dann das Ganze mit klar auf. So I will just start with my Glitter Mix and I will pour kind of an outer ring and then fill up my mold with clear. Ich mache euch diesen Teil jetzt mal viel, viel schneller, damit ihr nicht so lange warten müsst. I will speed up this part a lot, as you can see. But otherwise it gets, I guess it gets too boring for you because I pour really slow. So, yeah, I just spread out my Glitter Mix and then fill up my mold, remove any bubbles. I just go in with my heat gun and pop all those bubbles and then I will add my center. Ich gehe also einmal mit dem Heißluftfön drüber, damit alle Bläschen kaputt gehen und aufsteigen können. Und jetzt machen wir die Mitte, diese paar Goldbeads da rein. I just add those Goldbeads and push them down. And now I will start with Alkohol inks. And I have a brown Alkohol ink and kind of a pink one. Ich mache also jetzt einen Tropfen braun in die Mitte und außen verteile ich einen Pink. Das ist, glaube ich, purplish red heißt es, glaube ich. Nee, das ist magenta. Genau, das ist magenta. Und mache dort quasi so in jede Ecke einen Tropfen. So this color is called magenta and I will just put one drop in each corner. Ja, and then I will spread that out. I hate those bottles. Sometimes there's nothing coming out. And if you push the bottle, you get like a squirt. So or you just turn your bottle around, want to drop it. And then it spritz out and you have this Alkohol ink like everywhere. So I really don't like those bottles. Ich mag also diese Fläschchen nicht gerne, weil wenn man die umdreht, dann kommen manchmal so kleine Spritzer raus und versauen einem alles. Oder es kommt gar nichts draus. Und wenn man dann etwas drückt, dann kommt so ein Riesenspritzer raus. Und ich weiß nicht, diese Fläschchen mag ich nicht ganz so gerne. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich verteile jetzt meine Mitte. Rechts ist das ein total toller Kreis geworden. Und links hat sich das so ganz komisch zusammengezogen. Und jetzt zwirle ich mein Magenta einfach nur ein bisschen durch die Gegend. Ich möchte es nicht so blobmäßig in der Form haben. Deswegen verteile ich die so ein bisschen. So I just spread my brown, because on the right side it gets like a really nice circle. And on the left side it was kind of a funny weird brown blob. I don't know. So I just spread that out. And now I go in with my silicon tool and kind of swirl my magenta a little bit. I don't want to have like these blobs. So I just swirl them around. I don't know if it makes any difference in the end result. But I think it looks quite nice. So, genug geswirrt. Jetzt kommt das Weiß dran. So now I will add my white. And as usual I take my silicon tool, the silicon tip. And I just do some randomly wiggly lines around the outside, inside, like everywhere. And just throw my white in without any rhyme or reason. Just going in and kind of spread my white. Ich gehe also jetzt irgendwie mit meinem Weiß da rein. Ich mache das ja eigentlich fast immer so. Diese Wellenlinien und kein bestimmtes Design. Einfach ein bisschen aus, ein bisschen in. Gucken, dass ich überall etwas Weiß habe. Das ist eigentlich... Also es ist eigentlich für mich die einfachste Art Blumen zu machen. Ich finde das wesentlich einfacher als wirklich so ein Blütendesign hinzukriegen mit einzelnen Blättern. Das Harz arbeitet sowieso. Das Harz macht eh, was es will. Und ich finde das irgendwie am leichtesten. Deswegen mache ich das am liebsten wirklich so. So for me, it's really the most easiest way to do a flower. It's much easier than drawing like petals. Because I will go in with my silicon brush anyway and kind of draw my petals or draw my design, shape my flower. So I just kind of throw my white in. So i think that's okay. Okay, wir haben es geschafft. We made it. Now I will shape my flower. Jetzt gehe ich mit meinem Silikon-Dingens da einfach hin und mache mir quasi meine Blume von außen nach innen und ein Swirl in der Mitte. Und das war es auch schon. So I just go in from outside to the inside and then do a Swirl in the center and basically that's it. So if you are still watching, thank you so much. I try to make my videos as short as possible without cutting any important steps out. Ich versuche meine Videos wirklich so kurz wie möglich zu halten, ohne irgendwas rauszuschneiden. Aber jetzt haben wir es. Und jetzt lassen wir das aushärten und dann können wir entformen. So we let this cure and then we are ready to demold. It's the next day. And now let's see how these flowers turned out. Ich hole die jetzt erstmal gerade aus der Form raus und lege sie beiseite, damit ich mehr Platz habe. Just take them out of the mold, put the mold aside so I just have a little bit more space on my table. Because my table is always full and I definitely need a new under, a new mat here that's black isn't black anymore. Ich brauche dringend eine neue Unterlage. Okay, let's turn them around. Yay! I just love the result. I really do. It is so super sparkly. Ich finde das Ergebnis echt toll. Die glitzern. Das ist unfassbar. Dieser Glitzer ist echt toll. They are just super bright in color. And I love the center. Ich mag diese Mitte total gerne. Ich hoffe, ihr auch. Hinterlasst mir sehr, sehr gern einen Daumen hoch oder ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. So, I hope you like the result. Give me a thumbs up. Subscribe to my channel if you like. And then I will see you in the next video. Bis zum nächsten Mal.